Okay, ähm... Sag noch mal kurz die Challenge, erklär die kurz. Also die Challenge ist jetzt... 1 gegen 1 Match. Aber schwer, spielt die Schwierigkeit. Schwer hat er gesagt. War doch gerade drin, du hast doch gerade reingeguckt. Ja, schwer ist wichtig. Er nimmt den Controller, dreht sich rum, guckt weg und ich muss ihn anleiten, wo er hin... wie er machen soll. Puh... Das wird ein Rumgeschrei. Du musst ja die ganze Zeit reden wie ein Wahnsinniger. Wie willst du den Namen? Andersecker, ne? Bestimmt. Ja. Andersecker, Andersecker, Andersecker. Ja, dann doch irgendeinen... Oh mein, noch irgendeinen anderen. Mit der Glatze. So, und gegen wen? Gegen Bock war es, ne? War das Bock? Hat er auch ein Match vorgegeben? Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir den Andersecker nehmen sollten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, du hast das da überhaupt gar keinen. Das sagt wohl. Gar keinen. Nimm Wett Hart. Ist cool. Oh, der Bam Bam Bigelow haben wir auch noch nicht gehabt. Komm, nimm mal Bam Bam. Warte, die Scheiben was. War schon hier zu sein? Zu dürfen? Ja, immer. Bist immer eingeladen, brauchst doch gar nicht fahren. Du bist so in der Originalteil... Schade, dass du es schon geben musst. Bist müde? Soll ich denn einen Kaffee machen? Oder? Trink ein Bier. Onkels Kinderbier kriege ich noch. Danke. Was schreibt der noch an 1,5? Kane. Oh, jedes Mal schreibt das zu spät. Das war zu spät. Sorry. Stimmt, der hat den Andersecker gegen Kane gesagt. Stimmt. Gut aufgepasst. Scheiße. Gewinn ja den Kane. Wir müssen dann sowieso... Wir machen dann umgedreht nochmal, und dann machen wir Andersecker gegen Kane. Das ist lustig. Zeig mal, wie es losgeht, ne? Ich drück gleich so. So, jetzt kann ich noch gucken, ne? Ich bin da noch drin. Mach mal Fenster ein bisschen auf. So lang. Ich drück auf. Offener. 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 Was? Sagst du langsam abrollen? Ne, ich bin fit. Ich bin es gewohnt, so lange aufzudrücken. Das Wort schlafen kenn ich nicht. Boah, der Andersecker, das sieht ja cool aus, ne? Alt, aber cool. Der Alte. Der Alte. Der Neue. Der Neue Alte. Der Neue Alte. Der Neue Alte. Guck, der wird schon auch hier schon wieder harte. Ja. Der Stacksnirchen auch wieder harte. Stimmt was. Stacksnirchen? Doch, einer denkt auf, ja, was recht. Aber machen wir beim nächsten Mal dann. In zwei Minuten beantworten wir nochmal dann an. Ich finde, der Einmarsch vom Andersecker ist so einmalig, oder? Mit dem Feuer, Musik, Dunkel. Ich kenne doch den Blubbs noch wieder. Blubbs? Ja, und ich war ja... WWE 2K16 ist echt geil geworden. Ja, ich muss sagen, im Gegensatz zu WWE 2K15 ist das wirklich ein geiles Spiel geworden. So flüssig und echt geil geworden. Man muss ja dazu sagen, dass ja... Ich fand sogar WWE 2K15 noch nicht so schlecht, weil... Wie schlecht sind die alle? Man muss das so sehen. Man muss das sehen. 2013 hat THQ dichtgemacht. Da hat dann 2K übernommen. Und dann haben die auch noch neue Grafik, neue Grafik Engine gearbeitet. Und die müssen ja alles komplett neu überarbeiten. Und da haben die natürlich erstmal... Erstmal haben sie die alte Engine noch genommen von THQ. Das kann dann WWE 2K14 oder die alte Engine noch. Und dann haben sie es, wo sie es soweit fertig hatten, 2K15 rausgebracht. Und dann ja auch die ganzen Matches noch bearbeiten mussten. Haben die natürlich die weißen Matches rausgenommen. So kann ich mir das nämlich mal vorstellen. Was steht da oben? Apisch? Ach, episch. Episch, ja. Sinn. Aber du setzt dir deine Brille auf. Ich bin lieber blind. Ne, was wollte ich sagen. Es war ja in Düsseldorf gewesen, live, beim Undertaker. Die Leute, die Fans sind ausgerastet, wo da reinkamen. Ey, ich hab gedacht, das war Wahnsinn. Wie die geschrien haben. Weil jetzt haben sie halt die Matches wieder reinkam. Gegen CM Punk hat er damals gekonnt, wo es live dabei war. War ein schnelles Match. Ein bisschen um den Ringraum noch rumgehauen. Seiltanz gemacht. Tombstone Ende. Aber cool, wie die abgegangen sind, wo der reinkam. Licht ging aus und dann. Nee, erst kamenm, dann kamenm und dann ging es ab. Feuer auf und so. in der Langsess Arena hieß es Rivano kommt in den Raum rein, dann mach ich auch mal was was hat das ein bisschen gedauert das liegt am Bier ja dann, ab mit dir ach du Scheiße, oh Gott ist der alt ok du musst jetzt nach rechts unten laufen ne net, ich hab nicht gesagt, dass du schlagen soll jetzt musst du vier drücken, genau und jetzt musst du ausklicken das ist jetzt gerade schwierig nein, du hast den rechten Stick hier du hast gerade dieses Crabble ja ok, x drücken, x drücken und nach oben x, 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 x jetzt blocken, ne, scheiße komm wieder dieses Crabble ja, los die dazu ja, da kann ich dir nicht helfen, das ist Quatsch, das geht nicht das ist gerade hier dieses Crabble Ding, weißt du x, 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 x ja, aufsinnlos zu drücken so jetzt blocken mit R2 jetzt 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 hier muss irgendwas jetzt blocken, mann hat er gesagt, blocken mit der A2 okay äh, drück mal R nach oben einfach R nach oben drücken, meine ich so jetzt so, blocken, jetzt ich gehe richtig auf die Ferse gerade äh, block 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 ja, das war gut, warte, 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 nix zu löst drücken, jetzt, schlägst du lang, lang gedrückt halt vielleicht, genau, jetzt, lang gedrückt halt, äh, x du bist du sag, x ja, lass mich auch reden, das ist schwierig, du wirst doch mal sehen ja, ähm, warte, jetzt dauert ein Chip, ist gerade ein kleiner blöder Move rest in Peace bei mein Bigelow beim Blind Match, mhm ja, äh, block sehr schön so, ja, jetzt, äh, vier, lang gedrücken hab ich hab ich lange gedrückt ja, es ist halt schwierig äh, blocken sauber so, jetzt drückst du, äh, x genau ja, ich habe bestimmt, dass das gerade warte, 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 warte warte so, jetzt, warte, 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 warte so, wie geil das ist, durch die so, jetzt drückst du, äh, jetzt mal lang x oooo ich drückth lang x ne machst du nicht so, dann, eh, warte, warte, warte warte, 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 ob... block schade, zu viel ja, ich muss das Delay, wieder berechnen Gibt kein Irrseil, doch. Block! Ja, von uns beide, klar. Wir haben es erstmal eigentlich drin. Äh... Ja. Block! Steht. Ähm... Block! Ja! Schlagen, 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 schlagen! War das Schlagen? Schlagen, 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 schlagen! Greifen, 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 greifen! Ah, fuck! Block! Mann! Das war nicht aufs Bild gezogen. Unkel, ich rede hier die ganze Zeit mit dem Bärzell. Block! Was? Ja, du machst doch nicht das, was ich sag. Doch, das musst du sagen. Äh, Mann, 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 Mann. Wie sieht's aus? Haben wir schon mal irgendwo ein bisschen Karo gemacht? Block! Oh, warte mal! Nix! Nein, nicht drauf! Nix! Mann! Wolltest du sagen X? Das war ein Pin! Das sollst du da drauf tappen! Ach so. Das ändert? Ja, verloren. Scheiße! Sag doch, dass er nicht bin! Nein, 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 nein! Ich sag X! Ich hab nicht gesagt X, 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 X. Ich hab gesagt X! Ja, ich dachte, dass es wieder was mit rauskommt! Nee, das hab ich nie gesagt! Oh, das ist schwierig! Du kannst es nicht. Du kannst es aber nicht, weißt du was? Weißt du was? Ja, das war... Ach so, ja, der ist tot, ja. Leider. Ach so, ja. Ach so, das war jetzt so. Das war nie auf das... Ja, der ist gestorben, ja. Der war doch... Aber das war nicht aufs Match bezogen. Ich fand den Bambi Bigu, der hat ja bei immer Ärger mit Sarge und Major Payne oder Major Payne, hatte ja eine Rolle, wollte ja den Major Payne verhauen, hat aber die Nase gekriegt. Voll gut! Das ist halt doch bloß... Voll gelabert. Sina Stacks, ist richtig. Jetzt andersrum. Ja, ja, jetzt andersrum. Mit der Nasen, okay. Okay, ähm... Anderträger gegen Kane. Ich würde auch was... Ich komm ja dann dazu an. Guck mal, ob ich es besser mache. Verlieren wir so oder so, weil das geht gar nicht. Doch, wenn du es anders... Du musst halt das Delay mitbrechen. Ich hab dann... Mit den Blocken hab ich es rausgehabt dann. Da hast du auch schön geblockt. Ist komisch, wenn ich jetzt gleich so und alles so sagen kann, ohne dass ich auf den Controller... Du musst ja bloß sagen, schlagen, 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 blocken oder... Keine Ahnung, das ist ja halt... So, okay, ähm, nein. Okay. Ja, komm doch erstmal rein oder mach mal weg. Den Einzug haben wir auch gesehen oder mach mal weg. Ja, mach mal weg. Oder musst du dich erholen. Dann muss ich mich auch hinterlegt... Ja, dann drück weg den Einzug und geh direkt ins Match. Wollen wir nicht jedes Mal in den Match gucken. Hä? Den Einzug. Aber wenn du hier so Nebel machst, kann ich nicht gucken. Oh, meine... Die Optionstaste muss er drücken. Muss ich auch noch sagen, wo die hinlaufen muss. Geh weg, ich muss näher ran. Ja, drück weg. Die laufen. Und die Optionstaste muss er drücken. Nochmal. Nochmal. Okay. Geht los. X. X, 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 X. Ganz schnell drückt alles Tasten. Dann ist dieser Klammergriff da. Weil hier dabei schon drücken jetzt die Air-Taste. Drück mal nach oben. Warum hast du denn gesagt? Die Air-Taste. Die Air-Taste. Ja, Air-Taste. Drück mal nach unten. Ja, war fast richtig, aber zu kurz. Ja, hatte ich dann schon gepackt. Nochmal nach unten. Ja, du musst die ganze Zeit den Stick halt bewegen. Okay, passt. X. X. Ja, schön. Nochmal. X. Nochmal. X nach unten. Irgendwie einen Move machen. X nach unten. Okay, warte. Stopp. Jetzt bist du gerade in Baddowel. Äh, blocken. Oh nein. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Oh. Äh, komm runter. 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 Ich kann runter eher bewegen. Schnell. Beweg dich. Beweg dein Stick. Beweg dich. Ja, gut. Weiter bewegen. Immer Kreis. Da kann ich nicht sagen. Links, rechts. Na oben, na oben, na oben. Rechts, links. Links, rechts. Ja. Boah, bis raus. Gut. Okay, X. X. Blocken. Jetzt. Nein, warte. Jetzt. Nein, warte. X. X. Mann, der drückt sich. Der drückt sich. Der drückt sich. Ja, ich doch. Vorher X. Vorher X. Nicht links drin ist. Ich sag die Wurbel. Oh. Der Sarge. Da war dein Game Sarge. Und jetzt ist der gerade wieder da. Oh. Wir haben das gerade gemacht mit den einen Blinden. Das ist echt. Was sind echt kleine schlechten Scheiß X in sich? Oh mein Gott, ey. Du hast bestimmt immer X gesagt. Nein, ich hab ganz schnell vorher schon. Aber du warst halt so langsam. Du musst die X-Tasse trinken, Onkel. Die X-Tasse. Ja, das heißt Teppen. Boah, aber mein Bericht hier angesagt hat, war es mit Schläger. Ja, aber du draußen warst und irgendwo sonst. Was? Keine Ahnung, ich muss ja jemand sagen. Krass. Ich muss pinkeln schon, wie der Bier treibt. Haben echt von jedem allen Blatt gemacht. Ich glaub der meint arg, oder? Mhm. Gerade. Lass den nochmal, also jetzt schon ein Match machen wieder. Zusammen nochmal gegen einen auf Legendär. War auch cool. Wo ich nur laufen muss. Wollen wir den auch mal Mortal Kombat sehen? Ja, oder wir machen auch eine Runde Mortal Kombat. Wollt ihr Mortal Kombat sehen? Schreib mal rein. Boah, dann kann ich den Pinkel nehmen. Wollt ihr Mortal Kombat sehen? Warum soll der dann den Server zurücksetzen? Hättest du bloß mal wieder platt gemacht oder oder was? Dann hätten wir ja damals auch ein Server Geld zurücksetzen müssen. Klar das ab, ich geh mal auf Klo. Kannst doch ein Gewinnspiel auch nochmal ansagen. Boah. Einmal. Gewinnspiel. Ja. Okay, ich sag Bescheid. Okay. Dann würde ich das melden. Ja. Mortal Kombat. Satzchen sagt Mortal Kombat. Satzchen sagt Mortal Kombat. Na gut, das ist scheiße. Aber ja. Wir werden doch die sicherlich rausfliegen. oder sowas. Ihr nehmt einen Schlechteren gegen den Stärkeren auf Letzchen. Äh, wie? Tag Team Match oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Oder abwechselnd Match. Wie hieß denn das gemeint? Auf Legende. Auf Legende. Auf Legende. Auf Legende. Quatsch. So. Auf Legende. Einzelne. Okay. Nach die Werte denke ich nochmal sagen wir gehen. Okay. Gucken wir erstmal was ja das schlechteste ist. 80. 80. 80. 80. 83. 80. 80. 80. Ja. Hier sogar 70. Das habe ich ganz kurz nicht aufgepasst. 78. 78. Das war ganz gut wie Slayer. 78. 77. General Adnan. 77. Was ist? 77. Wir sollen schlechtesten gegen... So zwei gegen den besten Mann. Oh Gott. Zusammen oder gegeneinander? Eiselmelch abwechselnd. Das heißt, du musst nachher auch General Adnan nehmen. Ist nicht der McMan, der Schlechteste? Ok, 77, General Adnan gegen... Oh Gott. Ok, wer ist jetzt der Beste? 92? Auf Legende natürlich, ne? Ach, gegen Computer? Krass. 91? Also fängst du an, ne? 95, dürfte eigentlich der Schwerste sein, ne? 95? Ja, ja, John Cena ist der Höchste. Sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß das. Vertrau mir doch mal. Na, vertrau mir nicht. Ich möchte das. Ja, war gestern als einer besser, aber der John Cena trotzdem einfach mehr. Ist nur der John Cena. Ja, stimmt. John Cena hatte 95. Besten Punkte. Da steht was. Gewonnen hat der, der am längsten durchhält. Oh, da rennt der Onkel nur noch weg um den Ring rum und der meinte, ja. Das ist aber Zeitstopp mir so, oder? Aber ich glaube, dass ich den besieg. Na, der Onkel besiegt den, das Killer. Jetzt bin ich mal auf dem Einzug gespannt. Okay, aber ich mach mal Dings auf Ringglocke, ne? Was? Ein Timer an auf Ringglocke. Also auf Dingeling und dann mach ich ein Timer an. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ist gut, ne? Darf ich dich ablegen? Okay, komm, komm, komm. Ja, ist schon. Ist schon, also wir haben wenigstens gegen Hüsten. Aber John Cena ist schon krass, ja. Ja. Hat er überhaupt Musik? Voll gut denn? Redezeit! Die Master-Seldat. Nein. Das! Wahrscheinlich hat er mit einem Müller noch einen Rechner. Kherson, das ist doch der eigentlich der Manager, oder? Ja, heisst. Nein. Und dann abwechseln, ja. Und du musst dann auch zögerieren, ach dann mit. Hattel. Gibt schon wieder. Das ist schön was. Und dann mit? Und dann MK10. MK10. Ach so, yo, geil. Boah, Alter. Ich dachte jetzt ein Wessler. Entschuldigung. Wir sind gerade beim WWE. MK10. Ich hab's noch nicht gespielt, ich bin gespannt. Ich weiß, dass das Metzeln ist und brutal. Und ich hab dieses Addon, wo wir schnelle Finisher machen können. Also leichte Finisher. Du musst, glaub ich, ne Taste halten bloß und ne Taste drüben. Geil, die will ich sehen. Blut. Ja, musst du aber auf einen bestimmten Abstand einlegen. Ich weiß immer, damit ich anfange auf das Pause drücken, guck wo die waren. Der hat doch mal gewebt, wo der angefangen hat, ne? Hat sogar CD ausgebracht. Echt? Aber das könnte Probleme auf YouTube geben. Strick die mach ich. Tut mir leid, ich drück die mit. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich seine Musik wegdrücken. Jetzt greifst du den an, ne? Schön. Hast du Falmer gestartet? Wollte ich nicht. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah 5 Sekunden drauf rechnen. Nee, das war eine Sekunde. Eigentlich kommt jetzt erst noch kommen, ne? Jetzt geht nämlich eigentlich erst Fetschloch. Ja, dann stark. Ich hab ja schon früher angefangen. Hallo! Komm ich mal rein in den Ring? Ich komm nicht rein. Soll der Kreis? Ach, der rief aber aus. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's ab. Unke, der Killer. Auf Legendär. Boah. Das ist aber auch eine coole Idee, was ihr da habt. Also da hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Einzelnen und dann mit der Zeit stoppen. Skorpion ist immer noch der Weg. Ja. Komm her! Ja. Dann bitte dann Skorpion. Und Goro. Und Goro. Get over you. Nee. Ach, wir machen das. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin Goro. Ich hoffe, ich bin vier Armen. Weil ich kenne das Spiel. Und ich hab so noch nicht gezockt. Skorpion ist einfach zu krass. Okay, Goro? Achso. Nämlich Skorpion. Und Skoro. Oh, ich bin jetzt blind. Hab ich auch geschockt. Hm. Hm. Ah, der John Cena hat keine Chance gegen Onkel. Der Onkel ist einfach ein Überwessler. Ja. Na, gut so. Der Block ist alles. 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 Ich hab's noch nicht gespielt. Aber ich will's spielen. Dann dauert das etwas länger. Au. Ups. Puffi. Spiele gut? Nee. Das ist normal. Gehe immer noch weiter. Also gut, gut, gut. Ich muss gar nicht gut. Das ist normal. Ein bisschen gehen da. Ich bin trotzdem noch fest. Ich bin gleich wie ein Tonshow. Ist tu mir dein Handy. Ich fände wie ein Tonhow. Ich bin echt wie ein Tonshow. Die Sucht genommen. Handy weg. Hab ich doch gar nicht. Ich hab Bier in der Hand. Das ist Bierhandy. Bier. Mann, ich hab 2 ½. 2 ½. 2 ½. immer gut. Ja, das ist ein geiles Challenge, äh, Challenge, sag mal. Challenge. Ja. Und zwar muss der Onkel mit dem schlechtesten gegen den besten kämpfen von den Punkten her und danach ich und wir stoppen die Zeit für am schnellsten ab und danach machen wir dann Mortal Kombat 10. Wo muss er dann noch von Mortal? Nee, gewonnen hat ja der, der am längsten durchhält, hat er beschrieben. Ach, am längsten durchhält? Äh, nee, nee, kannst ja bis morgen früh durchzocken. Ja, ich würde sagen, ich würde den Challenge mal ganz kurz von eigener Hand erweitern, wer länger durchhält oder wer früher gewinnt. Ja, wer am schnellsten gewinnt, würde ich sagen. Oder wer eben am längsten durchhält, falls wir verlieren. Das war irgendwie so ein Untertierraum. Der Onkel, der hat ja gar keine Chance. Das sieht doch gut aus für dich. Ich hab nur 2 Mal geflossen, ich hatte dann 4 Mal geflossen. Tatsächlich, ist der so schlecht. Hat es aber geschafft zu blocken. Bayern, Thüringen sind wir gerade. Ich bin gerade hier in Thüringen. Thüringen. Ich kann mich einfach. Ich glaube dir das. Vielleicht schaffst du es. Vielleicht schaffst du es nicht. Unkel fightet mit seinem Leben hier. Er gibt alles. Zweimal Brocken. Jetzt ist Nuxus weg. Ich muss nochmal dieselbe Gewicht haben. Wie vielseitig? Ich bin in Zufahrtsgenau. Jonas mit WWE. Wie gesagt Leute, schreibt auf jeden Fall euren Namen drunter. Bei dem Gewichtspiel. Und halt die richtigen Antworten. Das ist ziemlich wichtig zu reden. Was? Dann macht ihr die Auflösung. Ja, wenn wir ins Bett gehen. Also am Ende. Was machen wir für die, die nicht so lange durchhalten, weil sie müde sind? Kommt auf YouTube. Kommt auf YouTube dann. Ja, ich schreib euch gleich den Verlieben. Ich schreib den Ende zurück. Er macht das schon. Oh, das war es schon. Fünf Minuten. Weil der dich jetzt danach klauert. Ja, du bist ja eine Blüte X. Oder du bist ja eine Blüte X, oder? Bist du auf X und die Müsse, oder was? Dann ist es fertig, oder? Ja, scheiß Aufgabekreffer. Was hast du gemacht bei ihm, ne? Ja, das ist ein Legend, der weiß genau, was er macht. Oh, du bist erschöpft dann einfach. Bam, geil. Scheiße, ich hab geplotten. Das ist für den Sommer. Das macht er. Das ist lang, volle Ladung. Das ist lang, volle Ladung. Das ist lang, volle Ladung. Da, fuck. Stopp die Uhr. Sieben Minuten, 39. Durchgehalten. Okay, ja, direkt, so lange wir durchhalten. Wenn du gewinnst, hast du gewonnen. Sieben Minuten, 30 Sekunden. Oh, scheiße. Ich renne am besten im Ring, oder so. Kannst du dann über Ding machen? Ich drück gleich sofort den Einzug weg, weil ich möchte nicht, dass die Uhr recht haben. Ja hallo, was geht denn los? Oh oh, hängt dann gut an. Jetzt müssen wir da reinkommen, ich hab so lange nicht mehr gezockt. Ha! Erwischt! Na guck mal, er hat dasselbe Zeit wie wir das achten. Na, wird er gut gehen. Aufgenommen. Ach, ist okay. Kann ich gar nicht links drücken? Oh oh. Da hab ich den Joker einsetzen. Was denn? Ach, der kann nicht mehr blocken, deswegen bin ich jetzt da verwirrt. Geil. Komm her, komm. Das ist ja traurig. Oh ja. Ein bisschen Zeit sparen. Ja. 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 Halt die Pins umfällig. Wenn ich gewonnen hab, dann hätte ich auch verloren, ne? Wenn du über die Zeit auch gewinnst, hast du gewonnen. Naja, bisher haben wir noch besser als ich. Also, ein Dimmle. Ich weiß halt, wie man so ein Zeit-Match gewinnt. So. So nicht. Boah, das hat sich nicht angepasst. Ich weiß. Ja, mit deiner großen Bremse will es halt unterführen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. das ist ein bisschen. Boah, hat er jetzt mal disqualifiziert? Was hat er? Ich kann doch spiel halten. Was? Keine Ahnung. Pusht nicht. Pusht nicht. Pusht nicht. Pusht nicht. Ja, die hauen weg. Oh nö! Die können ja auch kommen sein, ganz schlimm. Abkommen kann er auch nicht. So. Ich habe nur zweimal blocken. Ach, der macht schon Move. Ach, halt er zu mir kommen. Schön. Schön. Komm mal, sköbel rein. Ey, das ist so scheiße! Was, Teddy? Ich musste angeholen! So ein Kackier! Guck, jetzt geh ich wieder rein. Was ist jetzt falsch dran? Der hat mich sofort geslammt. Jetzt kann ich ihn hauen. Hast du gedacht, ich renne jetzt echt um den Ring, oder was? Hast du doch! Ich bleibe da rein! Wieso, in die Ecke? Ich bleibe da rein, wo ich rausgekloppen bin. Ich bin ja davon ausgegangen, dass ich gewinne. Wenn ich davon ausgehe, dass ich gewinne, dann muss ich natürlich nachlegen. Ja? Genau das ist... Was willst du jetzt hören? Aber ich habe gleich einen Finisher, oder? Boah, der braucht... Der braucht... Wieso? Ich habe überhaupt nichts Unfaires gemacht, sondern schlau. Und ich block die ganze Zeit einen Treff. Und der machte dann eben mal die komische Grenzen, gesagt. Und er macht dann eben mal die komische Grenze. Und er macht dann eben auch die komische Grenze, gesagt. Oh Herr hat er Glück gehabt. Oh, hat er Glück gehabt. ist das ein Finisher? Ne also so ein Aufgabeblatt ach komm ihr jetzt Junge hab ich jetzt zu richtig gedrückt? guck das mal an ich hab ja 66% das ist der reinste Wahnsinn ist der Typ ach ich glaube weil ich keine Energie habe dann macht das automatisch ne schweißig nein ich hatte gerade keine Energie ist das sein Finisher? oh komm oh in der letzten Sekunde was? das war wirklich ne letzte Sekunde ja aber ne letzte Sekunde von 1 das war jetzt absin und spektakulär ja boah der geht mir die ganze Zeit auf die Eier vor der Eiermann jetzt kriege ich die Hucke vor Leute das ist weil ich keine Ausdauer mehr habe da bin ich echt am Arsch der kann mich die ganze Zeit anfassen kann man nicht wehren haste gedacht ja? haste gedacht Moment ich muss mir jetzt erstmal aussuchen ach komm ja die Energie da ist jetzt nix mit Cheaten oder so ich muss die Energie aufladen du siehst das doch da unten in den Balken ich muss mir ja auch irgendwelche Angriffe machen ach jetzt kommt der wieder mit seinem Cover hier da gehst du mir um den Sack mit deinen Covern neunneunzig da gibt er einen Finisher ich glaube die Ferresse der Typ kriegt richtig auf die Ferresse sag ich dir doch ach jetzt blockt der auch noch ach jetzt hab ich keinen Block mehr mhm Leute da habt ihr echt einen harten Gegner rausgesucht die komischen Fischgoppe hierher der General keine ich kann gar nicht raus komm 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 DANNNNNNNNNNNNNNNN ach die Kleinsten ja hier ein Mensch er hat sie dort weit kommen die Mauer aus die manchen Ja. Ja, fuck. Kann ich schon morgen. Schon Ende? Ja, okay. Ach, das ist doch scheiße. Ich muss die Lieder der Dings anzeigen für mein Signature. Ach komm, das ist doch kacke. Was denn, ich muss die aufladen. Jetzt kommt nämlich mein Dings hier. Ach, das ist ein Aufgabendriff. Oh, das ist kacke. Da kommt der raus, der Penner. Sila, mach doch mal weit, Mann. Echt, mach doch mal nix. Ich weiß gar nicht, was ich da mache. Wieso mache ich da überhaupt was? Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich hab keinen überhaupt, ich hab keinen Auslander. Ich darf mich ja nicht aus... Ah, ich hab einen Finisher. Was macht der eigentlich einen Finisher? Hast du jemals schon mal was gesehen? Ja. Was macht der denn? Ach, auch. Als Finisher. Nein, ach, kacke, das sind doch... Das wäre jetzt doch geil gewesen. So, vorbei, hab vom Raum. Echt? Ach, komm jetzt. Mann. Soll ich jetzt das Ende machen? Wie lange ich durchhalte? Drei Stunden. Soll ich fertig machen. Ja, wie denn ohne Ausdauer? Du hast aber auch durchschnitt rumgegeigelt. Nein, das stimmt nicht. Weil ich verhalte ja mindestens noch drei Minuten länger durch. Selbst mit der doppelten Zeit schau ich sie noch nicht zu besiegen. Ach so, ich bin dran. Ja, weil du sollst du gegeigelt machen. Nee, ich lade nur mein Dings auf. Damit ich eine Attacke machen kann. Guck, geladener Finisher. Hä? Ich hab doch geladener Finisher gedrückt. Kann er gar nicht. Guck mal, geladener Finisher. Du hast ja geschafft. Ach komm, das ist zum Kotzen, ey. Du kannst ja gar nicht mit dem Finisher gewinnen, ey. Gerade auf dem Legendaire. Was macht der denn? Komm, pack ihn. Ja! Das war jetzt echt geil. Jetzt ein bisschen warten. Ich cover den jetzt. Kann ich aber nicht. Ich kann ihn nicht mehr packen. Mann, der ist total. Mann, der ist total fällig mit der Welt. Oh. Kann man mich da endlich? Doch, du hast gewartet einen Win abzug. Ja, aber ich hab doch schon über die Minute dann wieder eigenartig gehalten. Also von daher. Außerdem war ja jetzt. Ich muss ja mit den Hielern anzeigen. Sonst kann ich auch nicht angreifen. Aber jetzt bin ich Ende. Das schau' ich gar nicht mehr an. Das schau' ich gar nicht mehr an. Das schau' ich gar nicht mehr an. Ich könnte auch zwei Minuten abziehen. Du will trotzdem. Boah, du? Ich hab' mir verletzt. 5 Pluspunkte. Ups. Ich geh' wieder rein. Guck, ich geh' sofort wieder rein. So. Ich cover jetzt mal Spaß. Kann ich nicht. Oh Mann, der ist müde. Ach komm. Dann müsste er mindestens 10 gewesen. Habe ich gewonnen? Vielleicht kann ich mir mit dem Todesmenü Foto nehmen. Ich fasse es nicht. Tja. Ich bin doch einfach... Der Legendäre hat einfach keine Chance. Aber ich kann ihn nicht besiegen mit einer Aufgabe. Das ist doch schwierig. Ach, ich block da noch. Vielleicht kein ähnlicher Cabern. Oh, jetzt bin ich an einem Satz rum. Das war's. Ah, es geht gleich noch 7 Minuten abzu. Sie blühen. Wofür? Ich bin blühen. Ja. Ich bin blühen jetzt mehr. Ja, Onkel. Ich steh' noch. Sicher zu gehen. Ich schau' noch. Ich schau' noch mal an. Der hat auch... Der war so schlecht, dass ich... Der hat mir einen Art sich hier vorzustellen, dass er der King ist. Ja, hier... So, jetzt kommt der wieder. Ach, komm. Das gibt's gar nicht mehr. Ach, mach mich endlich fertig. Das mit dem Signature ist heftig. Das ist ein Cover, oder? Nach 10. Wie viele Minuten hast du schon? Ach, 11 mit 12 Minuten. Den haben wir aufgeholt mit 40 Sekunden. Ach, Mann. Komm, einmal muss ich auch mal gewinnen. Er hat mich die ganze Zeit besiegt. Ja, ist okay.